Grüß Gott, liebe Freunde! Schön, dass du dich eingeschaltet habt zu einem neuen Video mit eurem Xaura. Die Xaelin zwingt mich gerade zu einem Vlog. Ja, hallo, wir haben jetzt 16.06 Uhr. Ja, das stimmt, haben wir. Außerdem hast du ja schon so einiges erlebt heute. Ja, ich habe heute schon ein bisschen was gemacht, das stimmt. Ich war schon arbeiten, ich habe schon jetzt Blaze gemacht. Wir waren einkaufen. War ich noch jünger? Ja, so schnell geht der Tag halt leider rum. Boah, das ist ja voll heftig. Und jetzt sind wir hier. Und jetzt gibt's Krapfen, lecker Krapfen mit Limbo. Ja, ich mache gerade ein bisschen Videobearbeitung. Genau. Und dann mache ich ja mein Spiel weiter. Und dann ist der Tag wahrscheinlich... Oh, es ist 16.06 Uhr, da ist auch noch ein bisschen Zeit, da kann man noch ein bisschen was machen. Ja. Mir geht es heute wieder nicht so gut. Mann, es nervt. Hm. Ja, ich habe Kopfweh und mir ist so wäh. Und trotzdem esse ich jetzt den Krapfen, damit es mir wenigstens ein bisschen glücklich geht. Ja, genau. Ja. Ansonsten, alles ist gut. Genau. So. Ich mache jetzt ein bisschen Videobearbeitung. Wir könnten eigentlich mal wieder ein lustiges Video machen. Ich schaue jetzt ein lustiges Video mit euch an. So, das machen wir jetzt. Damit wir wieder glücklich und happy werden. Yeah. Ja. So, meine lieben Freunde, da sind wir. Und zwar wieder bei Fanny D-Tube. Äh, D-Tube. Und, ähm, er hat ein neues Video rausgebracht vor... ...drei Tagen. Vor drei Tagen. Tiere. Tiere. Deswegen sitze ich hier. Ja. Genau. Deswegen sitzt die liebe Xerian auch dabei. Entschuldigung. Irgendwie habe ich das jetzt gerade als Selbstverständlichkeit angesprochen. Ja, ja, ich bin hier. Hallo. So. Gau und Willi. Genau. Oh, der Mops ist schon süß. Das fängt schon gut an, glaube ich. So. Schauen wir mal. Wollen wir tun? Ja. Was war das? Achso. Der klopft ihn auf den Bauch, oder was? Ja. Hm. Toll. Bap, 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 bap. Oh. Und dann auch die leuchtenden Augen. Ein Affe. Was ist das andere? Ich glaube, ein Arsch von Mobs. Oha. Oha. Ein Bulldog. Jetzt riecht er aber noch krass. Was ist mit der? Ich dachte, da ist was unter der Decke, oder? Wahrscheinlich eine Büsse oder so. Und jetzt gleich. Ja. Hunde stehen auf Stinkefüße. Haha, wie geil. Und wer freut. Sehr gut. Der hat's gestanden. Der ist ja jung, oder? Süß. Wie er sich freut. Oha. Oha. Und? Ah, da ist noch eine. Oh Gott. Oh krass. Das ist Slowmotion aufnehmen. Wie schlecht. Das sieht aus wie ein Einmachglas. Ist das so am Kratzbaum drin, oder? Ja. Oh mein Gott. Ja krass, gell? Eine Ratte und eine Katze. Boah, was ist ein Viech. Die Ratte? Ja. Die Ratten werden schon groß. Was? Nieder am Stock streiten. Wie geil. Aber wie? Alle gleich. Warum waren die Köpfe so rot? Oh, wie gewalt. Die waren das bestimmt absichtlich. Die waren das bestimmt absichtlich. Ja. Kommst eh nicht an uns. Und nochmal, oder? Mega. Äh. Lol. Hä? Das ist ein Foto von der Katze, oder? Und dann einfach draufgelegt. Das ist ein Scheiß. Was manche Leute auch mit ihren Tieren machen. Ja. Krass. Und der bellt auch noch. Der bellt auch noch. Stellt sich auf die Katze und bellt. Das ist wahrscheinlich ein Video von der Katze, wie sie miaut, oder? Wahrscheinlich. Aber die schon. Ja. Ja, okay. Dann kannst du auch mal gut sagen. Ne? Ja. 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 Süß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Flauschige Katzenbabys. Was ist das denn? Oh. Au. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Warum tut sie das? Legt mich doch einfach hin. Aber ich bin ja... Plumpster. Boah, was? Aber was die wohl nachdenkt. Oh, das ist ein Klotz, ey. Amerikanische Bulldogge. Oh. Und Dong. Das kenn ich. Ja, ich auch. Schau dir mal sogar aus. Du kriegst mein Futter nicht. Hm, Zwiebeln. Ich bin ja nie so doll auf. Geht's mir doch nicht weg. Das hat doch in die Augen. Ganz ehrlich. Das ist so, wie wenn ich Haarspray benutze und dann steht der Hund hinter mir. Ja. Freestyler. Oh, das tut gut. Ist das ein Napf? Der Leo stellt sich letzte Zeit immer in den Napf rein, damit der nicht wegrutscht, während er ihn ausschlägt. Das hat mir letztens auch aufgefallen. Okay. Das hab ich noch nicht gesehen. Du hast du ziel? Na? Die war doch bestimmt narkotisiert oder so, oder? Ja, wahrscheinlich. Die Arme. Das sah ein bisschen aus wie so ne Oma, die danced bei Tekken oder so. Boah. 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 Das war jetzt nur so, um zu zeigen, guck mal, ich kann mich einfach so an dich ranschleichen, da warst du unvorsichtig. Ich wollte ja gar nicht, ich wollte mich eigentlich nur hier hinlegen, Ja? Ja. Klingt ja grausam, lass das! ich dachte immer das machen nur hunde es juckt wohl dann ist aber auf dem teppich besser die katze vor allem husky oder husky das aber auch süß ja das denke ich mir auch manchmal der platte zerlegen oder was er echt jetzt was ist mit dem los die steht da so ich hätte auch so gern bär wenn die nicht so gefährlich werden könnten dann muss ein kleiner bär sein waschbär oder so es gibt kleine bärchen stunde die größer sind die fast mit sich alles machen lassen die macht ja auch noch mit ich würde spontan sagen ja was macht ihr da sich kratzen oder so was ist das was sie da tut glaube ich nicht aber warum tut sie das ich will sich ja nur bewegen ach du scheiße mein schwanz ich nehme nicht mit sehr aktiv ich hab das jetzt gar nicht ja der stand auf dem schrank kommt mir irgendwie auch schon bekannt vor echt ich kann das gar nicht nicht da steht ein hun im katzenklo aber wie vorsichtig die katze ist das hul überhaupt nicht auf dem kopf eines der anderen ab schon leer oder mein essen der haske spielten oder und er sagt mein essen aber beide ich spiegel dich es ist eine leine erdmännchen ist auch süß kommen auch super hier in deutschland halten ja geht schon eine wärme namen kannst die draußen gut halten im winter was war das denn jetzt es ist eine schnappschildkröte machen die solche geräusche die schreien richtig das wusste ich gar nicht ich würde mich nicht trauen die so hochzunehmen ich beiß meinen Arm durch ja ja noch tiefer rein die geräusche dazu oh mein gott das ist so süß ich bin jetzt kein pferdenah aber das ist mega süß oh mein gott oh gott ist das süß das ist so gut wenn sie jetzt aufhören würde würde es bestimmt irgendwie so mach weiter ok auch eine hübsche katze wenn sie frisst Maiskolben mit dem Mikro es schwirrt mir ist langweilig wieso geht keiner mit mir raus aber fast das macht normalerweise so was nur katzen oder so hunde eigentlich oh die gucken bold an oder der ist aber auch hübsch cooler hund klassischer kampfhund listenhund hat mal kurz gedauert aber dann fand sie sich wohl hässlich oh 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 die hat dir in der Nase gehabt scheiße der Affe hat scheiße hochgeschmissen oh guck mal wäre das nicht was auch für dich ja ich würde einen Puma nehmen ich geh ich will ja nicht auch so süß ich will ja nicht auch so süß das so Papageien tanzen ja sind Kakadus Papageien oder ist das eine ganz eigene Art ja das sind auch Papageien die kannst du wenigstens die meisten Katzen verfehlen es dann ja sie apportiert auch noch du schaffst das die sieht aber auch fett aus na aah das war scheiß Mandarinen und Orangen können die so geil schälen ok das habe ich auch noch nicht gesehen echt ja wieso nicht mit den Fingern warum ist doch herr ja aber die Schale ist doch bitter aber ist auch eine Ratte oder süß schon krass so dreist auch noch oh Gott der arme die das ist so ein typischer Blick wie die Amy auch so wenn sie was über sich erklären lässt ja bleibt mir eh nix anderes übrig ich dachte schon wieso sprisst man die Katze mit Milch voll aber ok wegkauft der arme Katze was zum Spielen ja rau 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 rauau rau du okay ja süß ja ach so da hinten ganz ein bzw ich zurück den was hat die da im Kopf mäh Und dann auch die Augen. Ja. Genug getrocknet. Das verstehe ich auch nicht. Warum machen die das? Weil es schön ist. Nein. Das ist bequem. Wenn sie jetzt so stecken bleibt, kriegt die immer keine Luft mehr da drin. Das kommt mir auch bekannt vor. Ist da nicht was drin? Ganz heimlich. Das sieht keiner. Aber gut. Ich habe vorhin ein Bild gesehen. Das sieht aus, als wäre da so ein kaputter Stuhl, dem so Sprossen fehlen. Dabei sitzt da nur eine schwarze Katze. Ein Laufband mit Gitter drin. Das ist schlau. Chillig. Ich war es nicht. Wie kann man so im Hund böse sein? Doch, kann man. Oh, er guckt. Und ja. Nass. Äh, okay. Buh. Wie perfekt. Ja. Manchmal wünschte ich mir auch so ein Tier. Süß. Da will man gleich eine Katze. Die Karriere steht nix mehr im Weg. Nein. Nein. Die hat aber ein süßes Gesicht. Ja. Die ist aber noch jung, glaube ich. Ja. Ah, es gab Lieberkirchen oder Lieberkirchen oder so. Alter Schwedel. Ist ja auch schon fast ein Fresschen. Oder immer noch. Ja, du schaffst das auch drauf da. Ja, auf jeden Fall. Sehr lustiges Video. Sehr lustig. Hat mir sehr gut gefallen. Ich frage mich aufs nächste von ihm. Weil die sind echt immer gut. Muss man schon sagen. Ja, das sind echt. Man kennt die meisten nicht. Aber manchmal hat er Sachen doppelt drin. Das sind auch schon auch nicht mehr. Ja, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, like gelassen. Demnächst mehr davon. Ja. Bis dann. Ciao. Ciao.